Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine weitere Sammlung von mir und zwar um meine Deos und um meine Rasurprodukte. Und ich habe dieses Mal die Deos und die Rasurprodukte zusammengelegt und nicht die Seife und die Rasurprodukte, weil ich persönlich finde, dass Deos und Rasur so ein bisschen besser zusammenpasst. Deswegen habe ich diese zwei Kategorien zusammengelegt, weil das beides Kategorien sind, in denen ich nicht super viele Produkte da habe und ein einzelnes Video würde sich da wirklich nicht lohnen. Deswegen habe ich das zusammengelegt. Und ich starte aber mit meinen Deos und da habe ich momentan sechs Produkte da und zwar drei Deos Sprays und drei Deos Sticks. Und ich starte einfach mal mit den Sprays, die ich da habe. Und zwar habe ich hier zu einem von Balea das Deodorant Sensitive ohne Aluminium für die Verwendung nach der Rasur geeignet, sanft zu empfindlicher Haut, Pflegekomplex mit Kokosöl, ohne Alkohol und ohne Ethanol, 24 Stunden Schutz. Finde ich wirklich ganz schön. Ich verwende das jetzt nicht für mich, sondern als Raumspray. Also dafür habe ich es auch gekauft, um einfach mal so ein bisschen zu sprühen. Gerade auch momentan, ich habe das jetzt schon öfters erwähnt, wir haben momentan Bauarbeiter im Haus, die hier oben mein Badezimmer neu machen, eines meiner Badezimmer. Und es riecht halt dann schon immer sehr staubig, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da hilft das dann so ein bisschen, dass es nicht mehr so ganz so staubig riecht, sondern so ein bisschen frischer. Mag ich auf jeden Fall ganz gerne. Und ja, jetzt so als richtiges Deo würde ich es persönlich nicht benutzen, weil ich da was stärkeres brauche. Dann habe ich hier einmal von Duff Go Fresh das Deo Spray mit Granatapfel und Zitronenwerbenenduft. Das ist auch ein Antitranspirant, also mit Aluminium, aber dafür ohne Alkohol. Das ist hier jetzt eben die Variante Go Fresh und die habe ich früher total, total gemocht. Haltet die mal eine Zeit lang dann nicht mehr, weil es es dann nicht mehr mit Aluminiumsalzen gab und jetzt gibt sie es wieder mit Aluminiumsalzen. Und ich mag das halt total gern. Ich finde die schützen ganz gut, also so zum auf ein normales Deo drüber spülen. Ich zeige euch gleich meine Sticks Deos, dann wisst ihr, was ich meine. Um über so ein Stick Deo drüber zu spülen, ist es vollkommen in Ordnung. Dann schützt es auch nochmal so einen Ticken länger und man hat halt ein bisschen schöneren Duft. Aber ja, so einzeln kann ich es nur verwenden an Tagen, wo es nicht so heiß ist. Also bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich das damals entdeckt habe. Und dann habe ich hier einmal von Exona das Cotton Dry Deo Spray. Das habe ich wirklich schon sehr, sehr oft immer wieder mal gehabt. Das riecht halt einfach so sehr, sehr frisch und sauber. Ist auch ein Antitranspirant und das soll 48 Stunden halten. Ich bin ehrlich, selbst wenn ich jetzt 48 Stunden lang nicht duschen gehen sollte, würde ich trotzdem nachsprühen. Das hier ist jetzt, ich glaube, auch mit Alkohol. Wenn ich mich nicht irre, steht zumindest nichts drauf. Und das riecht halt einfach frisch und sauber. Und das mag ich halt ganz gern. Und weil ich Exona so gerne mag und weil super, super viele immer wieder von den Maximum Protection Deos schwärmen, habe ich mir dort mal welche gekauft. Und zwar zu einem die Variante Clean Scent. Das ist wirklich ein sehr, sehr sauberer Duft. Das ist hier halt so eine Deo Creme. Es hat halt dann solche Löcher. Dann dreht man hier unten an diesem Teil und dann kommt hier quasi Creme hoch. Es wird empfohlen, zwei Umdrehungen quasi auf die Achseln aufzutragen. Das soll man halt verwenden, nachdem man quasi duschen war. Also quasi frisch aus der Dusche. Und dann soll man das drehen. Zwei Klicks quasi und dann unter eine Achsel. Dann wieder drehen. Zwei Klicks und wieder unter die Achsel. Und ich muss sagen, das schützt schon wirklich sehr, sehr stark. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich dann lange nicht schwitze und auch lange nicht rieche. Aber den Duft hier von dem Clean Scent hat mich nach einer Zeit wirklich genervt. Also das riecht halt irgendwie ultra, ultra frisch. Ich weiß nicht. Irgendwie mochte ich das dann nicht so gern. Ihr seht, wie weit das schon aufgebraucht ist. Also mehr wie die Hälfte auf jeden Fall. werde ich definitiv dann jetzt im Sommer aber fertig benutzen. Werd halt dann anderen Duft noch drüber sprühen quasi. Und dann haben wir von Rexona Maximum Protection noch die Variante Confidence. Die wurde mir dann empfohlen. Das ist halt jetzt eine Variante, die ein bisschen weiblicher, pudriger riecht. Das mag ich auch tatsächlich lieber vom Duft her. Schützt genauso gut. 45 Meter sind hier drin. Also auch eine recht gute Größe. Und hier kann man auch sehen, dass es circa bis hier leer ist. Also wenn man die beiden so vergleicht. Ich mache gerade einmal den Deckel wieder drauf. Wenn man die beiden so vergleicht. Das hier habe ich im Januar gekauft und das hier glaube ich im März, wenn ich mich nicht irre. Habe ich das schon sehr, sehr oft benutzt. Für das, dass es das andere zwei Monate älter ist, ist da noch nicht viel mehr raus. Ich werde die im Sommer abwechselnd benutzen. Mal gucken. Es gibt auch noch eine grüne Variante. Vielleicht kaufe ich die mir auch mal noch. Aber im Sommer ist es wirklich so, wenn es wirklich da mal 40 Grad hat. Denke ich würde mir selbst das nicht halten. Also falls ihr wirklich starke Schwitzer seid und eine Empfehlung für mich habt, schreibt mir das gerne mal. Das liegt halt bei mir auch mitunter an der Pille. Ich kann aber leider ohne Pille momentan nicht auskommen. Dann habe ich hier einmal noch ein Deo-Stick von Hydrofugal. Und zwar Duschfrische gegen Achselnässe und Körpergeruch. Ich muss sagen, gegen Achselnässe hilft es nicht wirklich, meiner Meinung nach. Aber gegen den Körpergeruch. Man riecht auf jeden Fall nicht. 40 milde auch ein Antitranspirant. Das ist halt so eine Creme hier. Und die riecht halt einfach nach frisch geduscht. Frisch geduscht und nach sauber mag ich ganz gern. Ich mache hier bei diesen Stick-Deos regelmäßig den Kopf oben sauber. Ich weiß leider nicht, wie viel er noch drin ist. Ich kann es auch nicht sagen. Ich sehe es leider nicht. Aber auf jeden Fall finde ich das auch ganz gut, weil das wirklich recht gut schützt. Also wenn ich mal abends nach dem Duschen vergessen habe, das Rexona aufzutragen, dann verwende ich das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel morgens aufstehe und ich muss nirgends hin oder so und ich habe so ein bisschen geschwitzt über den Tag hinweg, verwende ich dann lieber Spray-Deos. Einfach zum so ein bisschen auffrischen, weil ich das dann nicht mag, in die schon schwitzige Achsel quasi nochmal mit dem Stick reinzugehen. Deswegen habe ich auch immer ganz sicher nochmal Spray-Deos da. Auch für die Handtasche habe ich gerne Spray-Deo da einfach zum Nachfrischen. Aber so für zu Hause zum Frischauftragen finde ich eben die Sticks sehr, sehr gut. Und das waren, wie gesagt, auch schon meine Deos. Ich habe also insgesamt sechs Deos hier, drei Sprays und drei Sticks. Dann kommen wir zu den Rasurprodukten. Und da habe ich zu einem Rasier-Gel bzw. Rasier-Schäume. Da habe ich einmal von Gillette Setting Care Dry Skin Shear Butter Silk Rasiergel mit Shear Butter. Und ich habe früher super, super gerne die Gillette Setting Care Rasiergel benutzt. Da hatte ich meistens dieses mit Aloe Vera, also diese Standardmäßige. Und es gab mal eine Zeit lang dieses, ich glaube, Vanilla Cash mir hieß, das mochte ich total gerne. Und hier sind 200 Milder drin. Und ja, ich bin hier ultra gespannt drauf. Ich habe das noch nicht benutzt. Ich habe das auch noch gar nicht so lange hier. Aber die sind wirklich auch sehr pflegend, diese Setting Care Rasiergele. und wollte ich einfach nochmal ausprobieren. Dann habe ich hier einmal ein Rasiergel von Balea und zwar Tropical Summer. Das werde ich jetzt bald anfangen mit Maracuja und Pfirsichduft. Ich liebe Pfirsich, ich liebe Maracuja. Deswegen musste ich das haben. Das riecht auch so, was ich jetzt riechen kann. Ultra, ultra angenehm. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall einmal dieses Rasiergel. Dann habe ich dieses limitierte vom Winter noch einmal hier Iced Berries mit Beeren und Jasmin. Das werde ich dann wahrscheinlich so im Herbst dann verwenden. Mochte ich ganz gerne. Dann ebenfalls vom Winter habe ich hier noch den White Chocolate Rasierschaum. Das ist jetzt mein letzter. Dann habe ich keine Backups mehr. Ich bin gespannt, ob die Variante so nochmal rauskommt. Ist mit weißer Schokolade und die riecht halt unglaublich gut, die Reihe. Also richtig toller, schöner weißer Schokoladenduft. Sehr, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es im nächsten Winter wieder reinkommt. Und dann einmal den Balea Rasierschaum Caribbean Feelings mit dem Duft von Kokosnuss für empfindliche Haut. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan vom Kokosduft von Balea. Also ich liebe ja Kokos, aber der Kokosduft von Balea riecht für mich einfach nicht gut. Also ich bin sehr, sehr froh. Der ist bald leer. Ein, zwei Mal kann ich den noch verwenden und dann ist der aufgebraucht. Dann werde ich den nächsten anfangen. Der ging jetzt auch recht schnell leer, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Dann habe ich hier eine Enthaarungscreme und zwar diese von Isana. Enthaarungscreme in Dusch. Schnelle und einfache Haarentfernung unter der Dusche mit Bärenduft. Ich habe halt immer das Problem, dass ich meine Kniekehlen nicht richtig rasieren kann, weil ich mich da einfach immer schneide. Und ich dachte, dafür kann ich das vielleicht verwenden. Einfach, weil es dann halt vielleicht ein bisschen leichter ist, die Haare da wegzubekommen. Und ist eben mit Bärenduft. Und ja, kann man wohl im Bereich der Achseln, Beine und in der Bikini-Zone sogar benutzen. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte immer, das soll man nicht wegen Chemie und so. Aber vielleicht werde ich das auch mal ausprobieren. Mal schauen. Es sind 150 Liter drin und dazu kommt eben hier dieser Schwamm zum Auftragen und Abnehmen des Produktes. Ich werde es definitiv mal ausprobieren. Ich finde es halt nur ein bisschen schwierig, weil man das einwirken lassen soll. Und zwar, ich glaube, vier Minuten. Genau. Soll man das einwirken? Maximal zehn Minuten. Ich denke, ich werde das erstmal mit vier Minuten ausprobieren. Aber ich finde es halt dann schon, so vier Minuten da zu stehen und zu warten, bis das Zeug eingewirkt ist. Aber ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde es halt sehr interessant. Deswegen habe ich mir das damals gekauft. Dann habe ich hier momentan zwar Einwegrasierer da, die verwende ich sehr, sehr gerne für meine Bikini-Zone, weil ich mit denen einfach besser zurechtkomme in der Bikini-Zone wie mit meinem Rasierer tatsächlich. Dann habe ich hier einmal noch vier Klingen und zwar von Gillette Vienes, die Smooth Rasierklingen. Vier Stück sind hier drin mit jeweils drei Klingen und das sind eben diese Ersatzklingen. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ich verwende seit einiger Zeit den Gillette Vienes Rasierer und bin sehr zufrieden damit. Bei mir geht es immer so circa ein Jahr gut mit einem Rasierer und dann fängt es an, dass ich Rasurpäckchen davon bekomme. Natürlich wechsle ich die Klingen regelmäßig aus, also einmal im Monat, einmal in zwei Monaten spätestens und ich mache das halt auch immer sehr, sehr gut sauber mit Wasser und spüle das auch ab und einmal ein mit Desinfektionsmittel. Aber irgendwann fängt es eben an, dass ich Rasurpäckchen davon bekomme und dann ist es tatsächlich so, dass ich einen Rasiererwechsel machen muss, also von einer anderen Marke zum Beispiel von Nivea, den mochte ich ja auch ganz gern oder auch den Wilkinson Sword Intuition mochte ich ganz gern, diesen Seifenband außenrum. Deswegen ja, mal gucken, was ich dann danach verwende. Und dann habe ich hier noch einmal ein Pflegeprodukt nach der Rasur und zwar von Balea Aftershave Pflege Gel Sensitiv Empfindliche Haut mit Aloe Vera und es hat wohl eine verbesserte Rezeptur. Ich mag das eben ganz gern, gerade im Sommer, weil es halt auch sehr kühlend ist und sehr beruhigend. Ja, eben hauptsächlich für meine Oberschenkeln. Dort habe ich am meisten Probleme mit Rasurpäckchen. Das hilft da auch ganz gut dagegen, weil es einfach so ein bisschen beruhigt und kann man eben auch für Bikini-Zonen-Achselhöhlen verwenden. Ist mit Aloe Vera, Panthenol und Allantoin. Also das mag ich ganz gern. Das habe ich ab und an mal da. Eigentlich kaufe ich mir gerne diese Hautcremes. Also gibt es das jetzt von Balea oder von Isana. Aber die mag ich, dieses Pflegegel, so heißt das genau, mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann kommen wir jetzt mal schnell zu den Zahlen. Wie schon erwähnt, bei den Deos habe ich drei Sprays und drei Sticks. Also sechs Stück tatsächlich. Genau die gleiche Menge, wie ich im Dezember 2019 hatte. Also bei Deos war es früher wirklich so, ich hatte glaube ich mal um die 30 Deos. Also ich glaube, die höchstnotierteste Zahl war wirklich um die 30. Ich schreibe euch das mal ins Bild. Das interessiert mich nämlich gerade selber. Und da hat sich also nichts getan. Ich habe glaube ich auch welche aussortiert und wieder neu gekauft, aber von der Zahl her ist es gleich geblieben. Und bei den Rasurprodukten habe ich an Rasiergel und Schaum fünf Stück, an Enthaarungscreme eine, an Einwegrasieren zwei, ein Klingen habe ich vier und Pflegeprodukte habe ich eins. Also habe ich insgesamt 13 Rasurprodukte. Letztes Jahr im Dezember hatte ich acht Rasurprodukte. Was heißt, ich habe fünf Produkte mehr. Ich habe aber jetzt eben auch eine frische Packung Rasierklingen und eben die Enthaarungscreme, die dazu gekommen ist. Also deswegen ist es da jetzt in dem Fall so viel. Und genau, das war es. Das war meine Sammlung. Wie gesagt, nicht viel, aber ich dachte, ich zeige euch das trotzdem. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr einen Tipp habt für ein sehr, 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 sehr stark schützendes Deo, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar drüber. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Macht's gut und bis bald. Ciao.